Der große Systemvergleich. Mittelformat, Vollformat, APS-C oder Micro Force Sets. Welches System sich wofür am besten eignet? Das ist unsere große Titelgeschichte im aktuellen Heft. 50 Megapixel, 30 Bilder pro Sekunde. Alle Infos zu Sonys neuem Flaggschiff, der Sony Alpha 1. So gelingt das Portrait-Shooting. Profi-Tipps von Promi-Fotografen Felix Rachauer. Von Konzept bis zur Retusche. Die Fotos des Jahres. Bildredakteure und Kuratoren präsentieren ihre Favoriten aus 2020. Das alles und noch viel mehr im aktuellen Fotomagazin Ausgabe 3 2021. Ab sofort am Kiosk. Bis zum nächsten Mal.